Bleiben! Oben! Bleiben! Oben! Bleiben! Oben! Bleiben! Ja, ich danke Peter Krohmann. Daniel Sissenich wird jetzt nicht mehr spielen, aber er kommt wieder, er hat es versprochen. Stattdessen darf ich Ihnen jetzt Egan Hopfensitz ankündigen. Bundesbahn-Oberrater, den Landjährigen Leiter des Stuttgart-Kopfmann-Obsch. Guten Abend, liebe Mitstreiter. Es freut mich ungemein, Sie einmal wieder von oben herab begrüßen zu dürfen. Uns wurde immer wieder der Vorwurf gemacht, wir seien gegen alles, was nur möglich ist. Wir seien gegen Stuttgart 21, wir seien dagegen, dagegen, dagegen. Deshalb müssen wir unsere Wortmahl ändern. Ich spreche künftig nicht mehr gegen Stuttgart 21, sondern nur noch für den Kopfmann auf. Ich bin künftig nicht mehr gegen den Südflügel, sondern nur noch für seinen Erhalt. Ich bin auch nicht mehr gegen das Wassermanagement, sondern für das Erhalt des Grundwassers und des Mineralwassers. Und ich bin nie mehr gegen Ministerpräsident Kretschmann, sondern ich bin für... Jetzt hätte ich beinahe Mappus gesagt, weil der Unterschied da nicht mehr festzustellen ist. Aber ich bin künftig nicht mehr gegen Kretschmann, sondern für einen ehrlichen Ministerpräsidenten. Aber nun zur Sache. Es eilt in die Regie, hat mir nur fünf Minuten Redezeit gewährt, plus zwei Minuten für den Applaus. Und ich schlage Ihnen vor, Sie applaudieren erst nach sieben Minuten, dann können Sie früher zur Demo gehen. Aber nun endgültig zur Frage. Warum sind Sie heute wiederum zur Demo gekommen? Unser Park ist abgeräumt, der Südflügel wird zurzeit abgecrasht. Und all dies unter dem grünen Ministerpräsident Kretschmann. Stellt sich da nicht die Frage, wie lange wollen wir denn noch demonstrieren? Und wie wollen wir demonstrieren? Und darauf meine Antwort. Wir demonstrieren, solange es nötig sein muss. Und zwar bis nach der möglichen Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs. Und dann weiter bis zum Abbruch des Gleisgebirges. Denn dann erst kann der Bahnhof nicht angefahren werden. Und dann sind wir im Jahr 2025. Aber um so lange durchzuhalten, will ich Ihnen ein wenig Mut machen. Die meisten unter uns haben sich richtigerweise mehr für den Park als für den Südflügel interessiert. Und nicht das, was zwischen beiden Flügeln geschehen und verändert wurde. Der Umbau im Gleis- und Stellwerksbereich sei weitestgehend abgeschlossen, teilt die Bahn unlängst mit. Und ich selber halte auch den Gleisanlagen als für den wichtigsten Teil des Bahnhofs. Bislang gab es in unserem Kopfbahnhof zwischen den Streckengleisen von und nach Cannstatt, von und nach Feuerbach und zur Gäubahn sogenannte Wartegruppen. Eine Wartegruppe Ost vor Gleis 16 mit sieben Gleisen. Eine Wartegruppe Mitte vor Gleis 11 mit acht Gleisen. Eine Warte-West vor Gleis 8 mit sechs Gleisen. Und eine Wartegruppe S-Bahn vor Gleis 5 mit vier Gleisen gleich 25 Wartegleise. Und diese Wartegruppen, früher als Stauraum zwischen Abstellbahnhof und Personenbahnhof nötig, benötigt man heute nicht mehr in diesem Umfang. Und in die gekürzten Wartegruppen hinein wurden nun die Bahnsteige um 100 Meter verlängert. Und dort, wo heute die Prellböcke stehen, Platz für die riesige Bautruppe zu gewinnen. Was bedeutet dies nun für uns? Im jetzigen und heutigen Zustand haben wir einen super Kopfbahnhof, auf dessen überlange Gleise, wenn es nötig wäre, bis zu drei Züge hintereinander zur Abfahrt aufgestellt werden können. Und nach Öffnung der Baugrube und Reduzierung der heutigen Bahnsteiggleise werden wir einen funktionierenden Kopfbahnhof haben, barrierefrei, mit ebenen Gleisen, allerdings mit schwierigen Zugangsmöglichkeiten über die Baugrube. Das bedeutet für uns, dass Stuttgart auch bei möglichem Ausbritt von Mineralwasser, bei Untauglichkeit des Nesenbach-Dückers, beim Aufquellen von Gipskäubern in den Tunnels, sowie bei Überschreitung der Kostengrenze und möglicher Einstellungen von Stuttgart 21, immer noch ein funktionierender Kopfbahnhof vorhanden sein wird. Und sollte die Stuttgarter Netz AG gelingen, den Kopfbahnhof ganz oder teilweise zur Nutzung von Privatbahnen zu erhalten, dann steht neben dem schrägen Tiefbahnhof ein betriebsfähiger Kopfbahnhof weiter zur Verfügung, wie das auch Geisler-Stohler mit ihrem Kompromissbahnhof vorgeschlagen haben. Bei allem also, was bei S21 noch schiefgehen kann, bleibt uns in jedem Fall ein funktionierender Kopfbahnhof erhalten. Das endgültige, das finale Ende des Kopfbahnhofs wäre allerdings dann herantreten beim Abbruch des Gleisgebirges draußen zwischen Personenbahnhof und Abstellbahnhof. Aber bis dahin sind Proteste und Demos nicht nur sinnvoll, sondern auch nötig. Um nun aber bis dahin durchzuhalten, ergeht an uns erkennbare ältere Damen und Herren die dringende Aufforderung durch einen gesunden und anständigen Lebenswandel, wozu auch lange Demo-Züge und lautwütendes Protestgeschrei äußerst förderlich ist, die Jahre bis 2022 noch aktiv durchzustehen. Außerdem spielt natürlich mit, dass wir Alten ja auch noch ein wenig länger obenbleiben wollen. Was nun kommt, wird vielleicht für Sie eine Überraschung sein. Ich muss die Bahn AG loben, denn sie hat die Verlängerung der Bahnsteige mit Umbau des Gleisvorfeldes hervorragend geplant und durchgeführt. Um es genau zu sagen, die Bahn hat den Ausbau der Gleisanlagen des heutigen Kopfbahnhofes K20 so durchgeführt, wie ich mir persönlich die Renovierung des Kopfbahnhofs vorgestellt habe. Und die Bahn hat zusätzlich ein Gleisvorfeld hergestellt, wie es der Herr Arnoldi für seine heutigen noch hochaktuelles Problem unbedingt benötigen und aufbauen haben wird. Und das müssen wir aktiv unterstützen. Ich meine fast, wir müssten eigentlich eine Delegation nach Berlin schicken und Herr Hanni Azer, sofern er überhaupt noch im Dienst ist und lebt, für die Umplanung des Kopfbahnhofs zu danken. Und gehen Sie bitte einmal selber vor bis zur Spitze der verlängerten Bahnsteige oder gehen Sie mit einem Ferngleis auf den Turm. Sie werden heute vergeblich nach Hüttengrust, Gleisgewirr und Gleisschrott Ausschau halten. Und gleichzeitig hat die Bahn aber auch die Aussage, die Renovierung des heutigen Gleisfeldes würde so teuer kommen, wie der Tiefbahnhof zum Absurdum geführt, denn in einem Jahr kann man nicht drei Millionen verbauen. Aber sinnvoll sind weiterhin auch Proteste am Bahnhof mit nachfolgendem Demo-Zug durch die Stadt. Und bevor Sie jetzt aufhören schreien, fahre ich fort und sage, und sinnvoll kann auch der Versuch des umgekehrten Weges sein. Machen wir doch den Test zur Schonung der Verkehrsteilnehmer und treffen uns künftig am Marktplatz. Wir versammeln uns dort und nach maximal 30 Minuten Redezeit gibt es dann wunderbare Wege zum Bahnhof. Vorbei am alten Schloss, vorbei am neuen Schloss mit einer Kurzdemo gegen Nils Schmid, seinem Finanzministerium, über die obere Anlagen, über den Leitnersteg hin zum ruinierten Kopfbahnhof und dort laufen wir unter Protest auseinander. Wir können vom Marktplatz über den Schlossplatz, über die Königstraße oder über die Lautenschlagerstraße hierher zum Bahnhof. Wir können über die Friedrichstraße rauf zur ehemaligen Bundesbahndirektion, denn auch dort wird uns demnächst etwas auf uns zukommen, was wirklich keine Freude bereitet. Sie wissen ja, dass zu diesem ebenfalls denkmalgeschützten Gebäude die Stadt Stuttgart nur für den Teilabriss zugestimmt hat. Die DB AG aber letztwie erwartet auch das gesamte Gebäude aus Kostengründen abreißen will. Der Protest ist berechtigt, denn sämtliche Bäume um die ehemalige Bundesbahndirektion außenrum wurden bereits gefällt. Dort steht aber noch ein Erinnerungsstein mit folgender Aufschrift. 1914 bis 1918, 1939 bis 1945 den in zwei Weltkriegen gefallenen württembergischen Eisenbahner zur Ehre und Erinnerung. Offensichtlich ist mit Ehre und Erinnerung kein Geld zu machen. Wird auch dieses Erinnerungsdenkmal gefällt und etwa entsorgt wie die Parkbäume und entsorgt auch die Erinnerung an die Toten? Wo endet eigentlich die Barbarei des Abrußes in Stuttgart und sollten wir nicht auch da oben blockieren? Und nun zum Schluss, hier oben ist es auch nicht wärmer als bei Ihnen da unten. Wir haben auch in Zukunft einen barrierefreien, ebenen und gut funktionierenden Kopfbahnhof. Und wir erwarten sowohl von den immer aktiven Parkschützern als auch vom erweiterten Sprecherteam des Aktionsbündnisses bald gemeinsame Aktionen, denn nur so können wir durchhalten. Und nun zum Schluss dürfen Sie applaudieren, solange Sie wollen und bleiben Sie noch oben, wie ich auch. Adieu. Applaus Applaus